Du hast niemals das 187 Getränk, das Getränk von Rav Camora und Bones MC. Warte, so sind die Fans von 187, macht man das Plus weg, also. Vielleicht wissen ja auch gar nicht alle, dass die ein Getränk rausgebracht haben. Gibt es überhaupt ein Getränk? Und wenn es eins gibt, dann habe ich das natürlich. Oh mein Gott, was für ein Zufall. Hier haben wir die Getränke von Rav Camora und Bones MC. Und zwar Wild Crocodile Smooth Berry, Wild Crocodile Crazy Lime, Wild Crocodile Tropical Orange und Wild Crocodile Exotic Cola. Bitteschön, was als nächstes.